Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica in der Staffel Ghost. Hm, ja jetzt weiß ich nicht, ob ich hier reingehe und mir das Innending aufbrauche oder nicht. Und das? Der wollte doch gerade was scannen, oder? Und das? Ich will aber endlich in die Aurora, verdammt. Hm, ist die Entscheidung. Das oder das? Lass uns erstmal Aurora, alles schön in Ruhe nach und nach. Die gehen mal wieder hin und machen das später. Weil ich will gucken, ob die da drinnen auch was verändert haben, aber ich denke eher nicht. Ähm, aber vorher, halt, müssen wir nochmal nach Hause, unseren Plunder loswerden. So, ab geht's. So, ab geht's. Ja, wir haben uns in Silo, oder so, oder? Ich glaube, das ist egal. Gold, 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 gold. Nein, gut. Kupfer wäre mir jetzt gerade ein bisschen lieber, ne? Was ist das hier? Diamant, glaube ich, und das ist, äh, na hier, Nuklear-Auhrzeug hier, wie ist es? Das ist das, oh. Was ist das da? Magnetil, ne? Guck mal, geh mal mit. Ich weiß gar nicht mehr genau, für was man das brauchte. Ich weiß, da war wieder so ein Steinchen zum Aufklucken, aber ich, die habe ich jetzt keinen Bock. Mal hier noch ein bisschen lang. Gucken, ob ich, ob ich... Noch ein bisschen Kalkstein, genau da. Oh, das kann doch alles nicht wahr sein. Oh, das kann doch alles nicht wahr sein. Oh, diese Höhle war irgendwie da. So, das ist ein... Oh, Kupfer endlich mal wieder. Oder, wie gesagt, wir bauen uns erstmal... ...den Scanner rum. Und den können wir ja eigentlich dann immer, ähm, Stück für Stück irgendwo hinstellen. Weil ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Strom braucht oder so. Scheiß Titania. Dann noch zweimal was. Gumm, Kupfer. Nein, Romo. Silber! Jawoll. Oh, das war jetzt nicht so laut. Welcher Platz habe ich denn noch? Ein bisschen. Mann, du Dreck. Hau ab, Junge. Oh, die hasse ich, ey. Ich glaube, die Barbar sind noch mehr. Kann natürlich auch sein, den neuen, ähm, Ghost-Levyatan, dass das, äh... Die noch größere Hassobjekte werden. Oh, mein Ding ist ja fast kaputt, ey. Nein, mach mal an hier, mach mal ganz. Zack, und... Hopp, ein, weg. Muss er da lang? Hab was gesehen, ich hab was gesehen, ich hab was gesehen, ich hab was gesehen. Ja, komm. Ne, das will ich nicht, ich krieg bloß wieder Titan. Da kullert auch welches rum, um das. Riech voll. Nein. Kullert hier Titan rum. Ich weiß es nicht. Na gut. Naja, ähm, so ein Ghost, werden wir, das wird nicht mehr lange dauern. Wie gesagt, die nächsten ins... Ne, wenn wir jetzt... Wir werden die Folge, werden wir uns den Scanner einstellen. Und mal gucken, wie lange das Ganze dauert. So, den werden wir uns hier irgendwo anbauen, natürlich. Mal, wie, 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 mal... Ich muss mal gucken, wie das überhaupt... Warte mal, kann ich das mal hier testen? Halt, falsch. Wieso Mehrzweckraum jetzt hier ran? Ja, der passt dann genau. Cool. Wenn ich jetzt wüsste, ob das mit dem Scannerraum genauso ist. Also, das passt dann. Kriegen wir das schön zu. Und da drüben genauso. Dann würde ich sagen, kommt hier irgendwann... Die Anlockmucht irgendwann ran. Ja, mal gucken. So, ähm, jetzt muss ich mal gucken, was wir brauchen. Erstmal rein hier. So, äh... Ich weiß noch mal... Ach du Gott, das ist ja alles voll hier. Stimmt ja. Das Titan muss hier raus. Das hat aber eigentlich nix zu tun. Wow, schön Kupfer gesammelt. Das Gold kommt hier noch rein. Und... 1, 2, 3... Silber. So, hier ist auch voll. Hier ist noch ein bisschen Platz. Da ist ja auch noch Gold und Silber drin. Weißt du was? Quarz, komm mal her. Wir haben doch hier Räume. Räume über Räume. Äh, rechts rum. Genau. Ach, Mann. Vier. Äh, da hin. So. Kannst schnell das Zeug erstmal hier rein. Äh, da ist der, da, da, da. Äh, da hin. Kurz mal zurück. Schrank. So, dann noch einen. Schrank. Hier kommt der andere Kladderadatsch erstmal rein. Und dann das Uhr erstmal weg. Trinken bleibt beim Mann. So. Das räume ich dann später um. Vielleicht. Offline. Ich auch weiß nicht. Ich krieg's mal hin. Offline. Halt. War das anders. Schauen wir den nochmal an. So. Einmal immer leertes Glas. Also brauchen wir zwei, äh, Quarz und einen Zahn. Zwei Computerchips. Da werden wir jetzt mal gucken. Computerchip, Computerchip. Brauchen wir zweimal Gold und viermal Kupfer und viermal K... Ach. Pum. Dings, Pums. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Gleich alles mit rüber nehmen am besten, so. Ähm. Den machen wir drüben. Dann brauchen wir die Proben. Und... Und... Mann, dann leuchtet das so. So, dann nehmen wir... Zweimal Quar, dreimal Titan. Gut. So, zweimal Quar. Sonst... Dann brauchen wir auch mal so ein Zähnchen. Halt. Kann man hier. Und... Eins, zwei, drei hat er, wie gesagt. Ich hoffe, ich hab jetzt halt... Wie gesagt, noch den Tisch räumt rum, zweimal. Ähm. So. Ich brauch das, ähm... Wie hieß das denn? Nicht Batterie? Das ist die andere... Energiezelt, Nadia. Ja, ich brauch nicht mal langsam. So. Äh... Zweimal die Dinger. Und... Wo, was nun? Habe ich jetzt alles? Hier haben wir das... 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 Jetzt brauchen wir einmal Glas. Und einmal emaliertes Glas. Jetzt muss ich doch alles zusammen haben, ne? Jo. Schauen wir mal, wo wir den hin klatschen. So rechts wird der Craftingraum. Geradezu... Das... Und wenn mal links... Denk ich so... 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 Bioreaktor rein. Jetzt muss ich mal gucken... Ob ich hier mit... Hab ich die... Äh... Wie gesagt, in den Dings kann ich hab ich nur eh einen Eingang, ne? Glaub ich... Wenn ich den jetzt hier hinsetze... Hä? Ich bin zu hoch. Halt. Vier. Zurück. 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 Verdammt. Wie mach ich das denn jetzt hier mal? Wenn ich da den... Den... Bioreaktor reinmachen würde... Dann kann irgendwo, glaub ich, auch noch das Wasserding mit rein. So... Mal gucken, ob er den jetzt hier irgendwo anbietet. Ich muss gucken, weil der hat... Glaube ich nur... Einen Zugang... Jetzt! Ich klatsche da einfach erstmal hier an. Wegbauen... Können wir immer noch. Das ist kein Problem. Jetzt brauche ich aber noch dieses Hutschip, ne? Uh! Hab ich... Dings? Ne, ne? Oh, au, au. Geht kaputt. Ja, ja, Baby. Ich weiß. Lithium. Cool. Das brauchen wir. Und... nochmal so ein Ding. Komm, 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 komm. Äh, vier. Wo ist die Verstärkung? Warum kann ich hier so schätzen? Weil da die Schrecke dran sind, ne? Ja. Hop, 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 hop. So, jetzt müssen wir alles wieder gut sein. Ich kann's ein bisschen reparieren, oder was noch? Naja. Du, ich hab hier grad noch ein bisschen Schwein gehabt. Pumpe mal leer hier. Hier ist noch was. Kann ich durch das Ding... Eigentlich war doch hier so ein... So ein Ding in der Mitte. Dass ich da nicht lang kann. Die Buh muss erstmal... Ich glaub ich sie regenerieren, ja, wa? Hier ist noch kaputt. Gut. Hull Integrity restored. Gut. Drainingsystems initiated. W-w-w werden die Pflanzen immer ordentlich übersatt? So, jetzt zeig mal. Ich war doch eigentlich in der Mitte immer so ein... So ein Bottiche, dass ich nicht lang könnte hier, oder? Oder sah das immer nur so aus? Ich bin draußen rumgelogen. Ach, das ist das Teil, was man finden konnte, siehste? Was brauche ich denn hier für diesen Hatschip? Hä? Achso. Bip, bip, bip. Natürlich ein Computerchip und Gold. Ich glaube das kriegen wir hin. Was können wir denn heißes Gebiet? Fragment. Kalkstadt. Kreaturen. Kalkstadt im Moment. Das ist cool. Laserschneiderfragment. Hä? Metallschrott. Pirscherzernkratz. Kalkstadt. Machen wir an hier. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns das im Teil noch. Da. Halt! Dann muss ich ja hier ran. Jetzt werden wir mal Kupfer, Gold, Gold. Und... Das ist korallenbogen. Aber wenn wir uns das Kalkstein anzeigen lassen könnten, dann kommen wir natürlich schon mal ein bisschen schneller voran. Also... Dass ich, ähm... Habe ich ne höhere Chance schneller Kupfer zu finden und alles, ne? So... Machst du mir eine Spule? Oder... Einmal Kupferdraht. Das Teil. So. Genau. Aber wie ich sage, ich muss das Ding bestimmt ab und zu mal versetzen. Ja, weil ich glaube, ich kann das halt einfach irgendwo hinstellen. Und dann hoffe ich, dass das, ähm... Alleinversorgend ist hier mit, äh... Strom. Das weiß ich eben nicht nur. Aber wenn nicht, dann machen wir so eine Klarzelle drauf oder irgendwas. Muss man den Mist halt mitnehmen. So. Ah, hat er gleich rein gemacht. Cool. Was, was kennt denn der jetzt hier nur so ewig? Kalksteinbocken. Machen wir mal hin. Ach da. Alles klar. Das wollte ich jetzt nur mal... Kann ich das jetzt auch wieder abschalten? Ne, das bleibt. Lass mich durch. So, jetzt werden wir noch was essen gehen. Zack, zack, zack. Äh, ein bisschen trinken. Dann würde ich sagen... Äh, halt mal. Das ganze Ding werden wir mal ein bisschen vermehren noch hier. Bop, 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 bop. Bop, bop, bop. Trinken habe ich immer mit. Eigentlich Nahrung und alles finden wir hier noch in der Aurora. Ähm. Wie, 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 96 Prozent. Na, den habe ich erst gebaut. 60. Das muss ich nicht mal mitnehmen. 97, 73, 100. Alles klar. Äh, ich habe hier noch nicht aufgeschnitten. Dann würde ich sagen, haben wir hier irgendwo Platz. Das Teil machen wir hier rein. Trinken können wir ruhig eh mal mitnehmen. Das hauen wir auch eh mal weg. Und dann nochmal. Ich glaube, das finden wir auch da drin. Na, Aurora. So. Ja. Halt mal. Gucken wir mal rein. Habe ich eigentlich noch Batterien hierher? Habe ich nicht, was sie sehen hier? Die ist sogar voll. Cool. Ich wollte nämlich gerade eine ran klemmen. Gut. Ähm. Dann tue ich immer bitte abspeichern. Weil ich habe hier immer so eine Angst, dass mir das ein abschmiertes Spiel hier abkackt. Oh, boah. Tatschpunkt, ja. Den können wir eigentlich lassen. Dann wissen wir, wo die Insel ist. Wollen wir die eigentlich nicht markieren. Wollen wir die eigentlich nicht markieren. Wollen wir kratzen kurz. Oh. Oh. So. Dann fahren wir da rüber. Die Frage ist, wie fahren wir am besten? Oh. 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 Wer das noch nicht kennt, kann ich den mal zeigen. Schub kann nur über den Fragment, Schub kann nur über den Fragment. Noch ein bisschen rüber hier. Staunersiert. War hier was? Ja, ihr seid mir völlig egal. Aber eins? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt hier gerade oben hirsche, würde ich doch gleich mal dahin. Guck mal hier. Los, aufpassen, ey. Anmachen. Fahrzeugmodifizierungsstation. Sollte ich die mal schneller haben als die anderen. Eigentlich muss hier noch irgendwo eins rumliegen. Und weder hier oder weiter zurück. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube das andere ist. Ich weiß es nicht, ey. Soll ich noch mal gucken? Das ist ein normaler Koffer. Hier unten wird unmisch sein. Oh, hier ist überall kein Stein. Ich drehe durch. Hey, hey, hey. Was jetzt? Boah. Ich freu. Ich bin nicht mehr. Ich bin so gespannt auf das Performance-Update. Aber ich weiß nicht, wieso nicht wann das kommt. Das dann ein bisschen ein Ende hat hier. Die Ruckelei und alle Sälen. Weil das ist das Einzige, was mich ein bisschen nervt. Wo ist denn das andere Teil? Das war doch hier irgendwo immer. Hier sind wir ja schon wieder fast vorne. Ich staune, dass ihr keinen Riechbaum hörst. Dann haben sie die hier entfernt. Ich weiß es nicht. Hier bin ich schon wieder. Nee, hier, hier. Nee, 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 nee. Bin ich schon mal vorbeigefahren oder was? Bin ich hier mal ein bisschen hin und her fahren? Hab ich irgendwie was übersehen? Boah, Kupfeil. Guck mal hier, Kupfeil. Warum brauchen wir einen Zocken? Boah, ich dreh durch. Also das letzte Mal... Also die Pilze, ne? Klappen wir auf hier? Ja. Das letzte Mal war eins hier ziemlich an den Rand. Das war auch so eine Harakiri-Aktion. Na gut. Bringt ja jetzt nix. Was ist das? Das ist genau ein Fragment. Ja, Wahnsinn. Will ich nicht. Ey, das ist meine Mötchen in Ruhe. Pop, 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 pop. Die Biomasse in dieser Gegend wird vom pflanzlichen Leben dominiert. Empfangen schwache Signaturen von Alterra-Technologie? Ja, ich weiß schon was. Dann müsste man sich hier hinten den Scannerraum hinpacken. Und dann könnte man nämlich gucken, wo die Teile für die Cyclops sind. Jetzt hier nochmal ein bisschen gucken. Keine Lichter an, ist ja. Hier irgendwie so ein Modifizierungsteil rumliegt. Gut. Denn eben nicht. Wie soll man jetzt hierher? Ich sage, ich könnte sogar... Wo war denn das? Da hinten, ne? Ich kann mich aber da erstmal hinbegeben. Hm? Um mich hier auszulockt, weil hier sind wirklich nicht ganze Fälle so eine kacken Viecher. Komm her. An die Arsch, scheiße ist. Ne, dann machen wir es anders. Ja, ja. Riesig gleich. Ist hier nochmal eine Kiste irgendwo? Da ist nochmal eine Kiste. Äh, warte mal. Fünf. Haha. Hihihihihi. Ihr Pisserchen. Du Spinnwoll. So, ich könnte jetzt... Aber das Ding habe ich da auch noch nicht gescannt, ne? Ne. Hey! Ah, die ist auch schon ewig nicht mehr gebaut. Aber die Energie knallt ja runter hier. Weißt du was? Dann lass uns den Scheiß hier vielleicht beiseite räumen. Dann kommen wir hier... Hey! Dann kommen wir hier nämlich wieder raus. Aber ich habe jetzt nicht mal einen Feuerlöscher mit. Also ich hoffe... Aber oben müsste es welche geben. Da werde ich jetzt noch schnell hinfahren. Ja, komme, 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 komme. Und schnell rüber. Hier richtig, ja. Strukturelle Integrität des Schiffens ist niedrig. Erkundung auf eigene Gefahr. Ja, ja, ja. Die Kisten werden wir aber schnell noch alle mitnehmen hier. Batterien da sowieso. Noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Ja. Ich weiß, Folge wäre... Waaalte! Was war denn das, ey? Ey, sag ich mal! Dann leck mich. Bleibste da. Gib mal die Kanone her, jetzt her, jetzt. Faxen, dicke, ja. Doch nicht so eine dumme Idee gewesen, das Ding zu bauen. Hä? War ich ja früher schon? Glaublich. Früher kennt man ja. Achtung, es kann zeigen, dass die Verdauungstrakte der Lebensformen in der Nähe menschliches Gewebe in der Nähe hat. Ja, 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 ja. Ja, das brauche ich auch gleich. So, warte mal. Ich brauche mal, wenn ich so ein Teil rein, ja. Was ist hier? Hier komme ich ja bestimmt nicht ran. Uuuu, Batterie! Aber an den hier komme ich nicht ran, ne? Nein, ne, 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 aufmachen. Leute, die Kiste musst du da umsetzen. Weg! Hä? Weißt du, die Kiste? Wo war ich denn grad? Egal! Was ist das? Feuerlöscher, ja. Elegit, ja. So. Da sind wir in Aurora. Was es hier zu entdecken gibt, ob es was Neues zu entdecken gibt und so weiter. In der nächsten Folge, ne? Ja, wenn es euch gefallen hat, uuuh, lasst mir doch einfach einen Daumen hoch da oder ein Abo, Kommentare und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Dann bedanke ich mich für's Zusehen und sage Ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.